Hallo, willkommen zu diesem Trainingsprogramm der Rumpfmuskulatur für Fortgeschrittene. Solltet ihr Anfänger sein, schaut doch erstmal im Portal nach. Dort ist schon ein Einsteigerprogramm für die Rumpfmuskulatur vorhanden. In diesem Programm trainieren wir auch wieder die Bauchmuskulatur und die Rückenmuskulatur mit Hilfe des Gymnastikmalens. Wir trainieren auch wieder pro Übung 3x45 Sekunden, das sind die sogenannten Sätze, und machen zwischen den Sätzen 30 Sekunden Pause. Auch hier ist es wichtig, kontinuierlich zu atmen, niemals die Luft anhalten. Ein Sicherheitshinweis, solltet ihr während den Übungen Schwindel oder Übelkeit verspüren, hört mit den Übungen auf und sucht gegebenenfalls eine Angst auf.